herzlich willkommen es ist ja ich bin immer noch enttäuscht dass ich in der forschungseinrichtung nicht drin war gefunden haben wir sie schon mal und jetzt geht es erstmal zurück hier ja schon kurz vor zu hause ich möchte jetzt gerne noch die spitzen setzen und ja alles drin jetzt einiges das ist wieder gut und dann haben wir auch auch alles wohl schade dass kein wolf reingeht ohne die spitzen würde ich gerne alle machen wollen auch ein seil machen können einiges einfach hingeschmissen machen wir hier so ein Ich möchte hier alles aufheben, was wir hier so haben. Mal gucken, was brauchen wir noch? Wir brauchen diese Blöcke. Die hier noch. 30? Hört sich erst mal wenig an. Hier noch welche drin. Hier auch noch mal welche von. Okay. 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 das war so was wir brauchen fürs upgraden falls können wir glaube ich noch machen es 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 so ein bisschen aus dann geht es hier gleich los habe ich noch Esther wenigstens um um ja ich bin gespannt ich bin echt gespannt wie das hier läuft ich glaube ich auch auf hier hinten nur irgendwo das Ball ich kann das nochmal reparieren und dann kann es losgehen mal aus ich speichere nochmal gespeichert ich hoffe dass die hier vorne was bringen die Welle hat begonnen da bin ich mal sehr gespannt um die denn hier oben müssen auf jeden Fall die Dinger hinsetzen das ist ja cool die schießen hier nochmal schön drauf die Dinger ne jeder darf nochmal durch ein und der erste oh nö oh nö du nie jetzt durch ich komme Okay. Jetzt gucken wir eben, dass die Form noch dreht. Ja. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Das läuft eigentlich. Das kommt ganz gut. Ich weiß nicht, warum die ersten direkt oben waren. Ob die voll motiviert waren, ob die Räder noch nicht angeleitet waren. Ich weiß nicht, warum die Räder noch nicht angeleitet sind. Ich muss noch was essen. Ich muss hier auch wieder durchkommen. Kann man aufhören. Ich muss hier oben schauen. Was? Kann man mal aufhören. Ich muss hier oben schauen. Das finde ich schon fast besser als die Schneider. Ich weiß es nicht. Die Mitte könnten wir noch einen Schneider setzen auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es stirbt so schnell. Ich weiß es nicht. 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 schon wieder alles verloren so Das war's. Die werden schön geschnittert. Das hat er hier. Einmal kurzes Essen. Das war's, ne? Sehr schön. Schauen wir mal kurz auf. Das muss man ja auch nehmen. Das nützt ja nix. Wir haben was ja gemacht hier, dass er was an Forschungspunkten bekommen. Die Vögel reinfliegen. Die Vögel reinfliegen. Die Vögel reinfliegen. Ist hier mal ein Wolf drin? Ja. Endlich mal Null. Wuschwein. Forschungspunkt haben wir denn? 60, okay. Ja, dann versuchen wir mal wieder die Forschungseinrichtung morgen. Ja. 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 Noch was. zeug ok ok so dann speichert man und wir sehen uns wieder bis zum nächsten mal